Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial von Webseitenmedia. Heute steht wieder ein etwas leichteres Tutorial an. Ich werde euch zeigen, wie ihr in Word ein Wasserzeichen einfügt. Das geht folgendermaßen. Ihr geht auf Seitenlayout und dann habt ihr auch schon Wasserzeichen stehen. Ihr öffnet es und klickt auf Benutzerdefiniertes Wasserzeichen. Dann öffnet sich auch schon ein Fenster. Dann könnt ihr auswählen, ob ihr ein Bildwasserzeichen oder ein Textwasserzeichen wollt. Ich nehme jetzt mal Textwasserzeichen und gebe als Text, sagen wir mal Tutorial ein. Dann könnt ihr auch noch die Schriftart auswählen. Die Größe, die Farbe, ich kann jetzt hier zum Beispiel so leicht das Blau nehmen. Dann wird es natürlich halbtransparent gemacht, aber wenn es nicht halbtransparent ist, dann sieht man das so wie die Schrift auch, also in der knalligen Farbe halt. Und dann könnt ihr noch auswählen, ob ihr es diagonal oder horizontal wollt. Ich finde diagonal persönlich besser, aber das ist eigentlich euch überlassen. Dann einfach mal auf OK drücken und dann seht ihr schon, das Tutorial Wasserzeichen ist da perfekt angepasst. Das war es jetzt auch schon wieder. Wie gesagt, es war wieder mal ein kleines Tutorial. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Solltet ihr Fragen haben, dann schickt es mir einfach per Nachricht. Und bis zum nächsten Mal. Solltet ihr Fragen haben. Untertitelung des ZDF, 2020